Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, warum es immer eine dumme Idee ist, alle Eier in den gleichen Korb zu legen. Also, wir sind ja jetzt im Jahr 2023 und seit etwa so zehn Jahren kann man sagen, der Lieblingsberufswunsch der heutigen Kinder und Jugendliche ist es, Influencer zu werden. Denn sie sehen auf TikTok, Instagram, YouTube immer wieder so kleine Zwölfjährige bis, sagen wir, 22-Jährige, die irgendwie behaupten, sie können mit einem Post pro Tag irgendwie 400 Milliarden Franken pro Monat verdienen oder pro Stunde verdienen und ja, sie würden das Leben oder die Zeit ihres Lebens oder die beste Zeit ihres Lebens leben. Ich muss immer lachen, wenn ich von diesen Kindern höre, weil ich denke mir einfach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen die, wenn Facebook, Twitter, LinkedIn einfach auf einmal entscheidet, dass mir ihre Nase nicht mehr gefällt und dann machen sie nämlich so und die Accounts sind verschwunden. Ja, das ist schon öfters passiert und jetzt zeige ich euch gleich mal einen Fall, wie ja gerade in der Schweiz passiert ist. Da gibt es eine junge Frau, eine 22-Jährige, nein, 19-Jährige junge Frau, die hat extra ihre Lehre abgebrochen, um Influencerin zu werden. Ja, und sie möchte oder sie wollte unbedingt Influencerin auf TikTok werden. Ja, sie hat dann wirklich alles in einen Korb gelegt, alle Eier in einen Korb gelegt, hat angefangen zu sammeln und wurde so innerhalb zweieinhalb Jahre, drei Jahre, hat sie fast zweieinhalb Millionen Follower auf TikTok gesammelt. Eigentlich eine sehr schöne Zahl und ich vermute, sie wird da auch ziemlich viel Geld verdient haben. Ja, und auf einmal hat TikTok gesagt, deine Nase gefällt mir nicht. Sie haben das natürlich nicht öffentlich kommuniziert und dann haben sie einfach bang gemacht. Ja, und was ist passiert? Genau, der Account war weg und diese junge Frau hatte auf einmal keine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen. Dank ihren guten Verbindungen zum Schweizer Fernsehen ist sie natürlich dann zur Presse gerannt und hat sofort dort gejammert. Ja, und hier ist der erste Artikel, der gekommen ist am 8. Februar, wie man hier sehen kann. Ja, und da sagt sie, ich habe gezittert für TikTok-Bericht Franny, so ist ihr Name, die Lehre ab. Jetzt ist ihr Account gesperrt. Anscheinend hat sie irgendwie ein Handicap, ein sprachliches und ja, jetzt hat sie da ihr ganzes Profil aufgebaut. Ja, Franny alias Almost Ceska, keine Ahnung wie man das spricht, gehört mit ihren 2,1 Millionen Fans auf TikTok zu den ganz großen Kreatorinnen, wie man so schön sagt heute, der Schweiz. Ja, und auf einmal hieß es, ja, ihr Account wurde gesperrt, aber ohne Grund, ganz auf einmal, wie gesagt. Ja, und dann hat sie da weitergejammert, ja, sie hätte da, sie sei ein Shootingstar, sie hätte eine diagnostizierte Lese- und Schreibeschwäche, über ihr unterhaltsamen Videos witzelt sie selbst über ihr Handicap, bla 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 bla. Ja, und dann hat sie gejammert und dann musste sie natürlich noch ein bisschen nachdappeln und sagte, ja, für viele sei dieser Verlust wohl lächerlich und nicht nachvollziehbar. Deshalb vergleicht sie es mit einer unerwarteten Kündigung. Das Dumme ist nur, diese Frau hat keinen Job, sie hat nichts gelernt und wird also so nicht so schnell mehr den gleichen Job bekommen, sondern sie muss da wirklich von Null auf anfangen. Das Dumme ist einfach, wenn TikTok einen Account sperrt, wirklich sperrt ohne Begründigung, eine harte Sperre macht, ja, dann kann man so oft, wie man will, einen neuen Account erstellen, er wird nämlich sofort wieder gesperrt. Denn TikTok erfasst die Geräte-ID anscheinend und weiß darum genau, welche Person mehrere Accounts hat. Ich weiß nicht, ob das Ganze stimmt, aber ich habe das jetzt schon öfters gelesen, dass das wirklich so ist und ich vermute, die haben wirklich sowas drin, aber sie setzen es nur selten ein. Ja, und dann erzählt sie dort noch, für den Traum von Social-Media-Karriere als Influencerin hat Franny viel aufgegeben, ihre Lehre als Polydesignerin, hat sie im zweiten Ausbildungsjahr an den Nagel gehängt und sie hat anscheinend den News-Kanal vom Schweizer Fernsehen mit aufgebaut auf TikTok. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den noch nie angeschaut, aber ja, dank dieser Verbindung, dank diesem Job, kann man sagen, diesem Nebenjob hat sie eine sehr gute Verbindung in den Medienzirkus hier in der Schweiz. Aus diesem Grund gibt es auch diese großen Artikel hier, wo sie gejammert hat und natürlich haben auch andere Medien dann das Ganze aufgegriffen und immer wieder bei TikTok nachgefragt, ja, warum wurde das Ganze gesperrt? Ja, und zwei Tage später hieß es auf einmal, yeah, sie hat ihren Account wieder. Ja, tatsächlich hat TikTok ihren Account wieder freigeschalten und jetzt ist sie wieder beruhigt und kann ihre Sache machen. Ja, man sieht hier sehr schön, eine junge blonde Frau hat sehr gute Medienverbindungen und weiß, wie man darum einen gesperrten Account wieder bekommt, auch natürlich in Anführungsanschlusszeichen. Ja, und jetzt möchte ich mit euch mal darüber reden, weil das einfach eine sehr dumme Idee ist, wenn man wirklich alle Eier in den gleichen Account legt. Denn diese Frau hat das selbst erlebt. Sie hat hier, ich habe hier mal ihren Account aufgerufen, und sie hat über 2 Millionen Follower, sie hat 54 oder 54 Millionen Likes und so weiter und so fort und macht hier viele TikTok-Videos. Und wie man hier sehen kann, ja, das sind von 33.000, das ist jetzt ein ganz frisches, bis zu was 5, 6 Millionen Views habe ich hier schon gesehen. Also sie hat eine sehr schöne Anzahl Views, die sie hier generiert. Ja, was ist aber passiert, als dieser Account auf einmal gesperrt worden ist, hatte sie gar keine Möglichkeit mehr, Geld zu verdienen, denn sie hat wirklich hier das Ganze nur auf TikTok gemacht und ihren Instagram-Account hat sie komplett, man kann sagen, verweisen lassen. Ja, und dann schauen wir uns mal kurz ihren Instagram-Account an. Sie hat hier aber nur 89.000 Follower und aus diesem Grund hat sie ganz klar gesagt, das sei ziemlich unerwartet gewesen, diese TikTok-Sperre. Und auch dank ihrem ziemlich verwaisten Instagram-Account hätte sie gar keine Möglichkeit mehr gehabt, ihre Follower zu informieren. Was passiert ist denn ja, wenn ein Account gesperrt ist, ist er einfach weg und niemand weiß warum. Aus diesem Grund, ja, sage ich immer auch zu meinen Kunden und ich habe es auch hier schon zu euch, meinen Zuschauern hier auf meinem YouTube-Kanal immer wieder gesagt, legt nie alle Eier in den gleichen Account oder in die gleiche Plattform, denn ja, sonst, zack, und euer Job ist weg. Und wenn ihr nichts mehr gelernt habt, dann könnt ihr gar nicht mehr hier Geld verdienen. Ja, aus diesem Grund ist es immer wichtig, dass man parallel fährt, dass ihr auch eine eigene Webseite habt, einen sogenannten Content habt. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Dann wissen die Leute, sie können auf euren Blog, auf eure Webseite gehen und werden dort wirklich informiert. Und ja, dank der Einbindungsintegration von diesen verschiedenen Plattformen kann man zum Beispiel auch TikToks in eine Webseite einbinden oder auch Instagram-Fotos, den ganzen Feed innerhalb der Webseite einbinden und hat wirklich dann ein kompaktes Zentrum, wo die Leute hingehen können, damit sie wissen, was läuft gerade bei euch als Influencer, bei dieser Person oder auf diesen Accounts. Und sollte irgendwas passieren, ja, dann kann sie sagen, ja, egal, ich habe ja immer noch den meisten Content auf meiner Webseite, denn ja, man müsste natürlich auch die TikTok-Videos regelmäßig abspeichern und auch die Instagram-Fotos und die Instagram-Stories immer schön backuppen und dann kann man eigentlich wirklich gut weiterleben und auch seine Beziehungen zu den verschiedenen Firmen, mit denen man vielleicht eine Kooperation gemacht hat, wieder retten. Ja, das ist jetzt in meinen Augen ein Paradebeispiel einer Frau, die wirklich nur durch Schmerz gelernt hat, dass man nicht alles auf eine Karte setzt oder eben alle Eier in den gleichen Korb liegt. Ja, ich hoffe, ihr macht jetzt diesen Fehler nicht mehr. Wenn ihr noch eine Frage dazu habt, dann stellt sie mir unten in die Kommentare. Wie immer, ich werde natürlich alle Links und alle Artikel noch in meinem Blog, meinem Content Hub verlinken, damit ihr das auch außerhalb vom YouTube-Universum immer schön lesen und anschauen könnt. Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, stell sie mir unten in die Kommentare. Gebt mir ein Video einen Daumen hoch, wenn er euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, damit, ciao.